Hallo und herzlich willkommen hier bei Gemeinsamen Bewegung, dem ASC Göttingen Podcast, in dem wir euch mit hinter die Kulissen unseres modernen Großsportvereins nehmen. Für die heutige Episode habe ich mich mit Nikolai Kohl und Dennis Ehrenberg unterhalten. Die beiden sind bei uns im Verein im Bereich der Geschäftsführung der Freiwilligendienste im Sport aktiv und haben mir ein bisschen etwas über ihre Aufgabenbereiche erzählt, über die Freiwilligendienste im Sport allgemein, welche Formen und Arten es gibt, was sich genau dahinter verbirgt, wie sich alles über die Jahre überhaupt entwickelt hat im Freiwilligendienst. Und natürlich haben sie auch ein Abbild des aktuellen Status Quo gegeben mit der Problematik des fehlenden Abiturjahrgangs hier in Niedersachsen und natürlich auch rund um die Corona-Situation, wie die den Freiwilligendienst im Sport verändert hat. Seid gespannt, was die beiden so zu erzählen haben und ihr erfahrt auch, wie gut sie sich eigentlich wirklich in ihrer Funktion der Doppelspitze vertragen. Viel Spaß beim Hören! Okay. Herzlich willkommen, lieber Nico und lieber Dennis, Ernie. Wie möchtest du heute genannt werden im Podcast? Wie du magst. Okay. Also kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Nikolai Kohl und Dennis Ehrenberg sitzen neben mir, die beiden Geschäftsführer aus dem Bereich der Freiwilligendienste. Oder was ist richtig? Geschäftsleitung, Geschäftsführung? Gibt es da Unterschiede? Ist egal. Ist egal. Okay. Schulterzucken. Genau, aber Dennis ist hier im Haus eigentlich eher bekannt unter Ernie, wird von den meisten Ernie genannt. Deswegen würde ich das hier im Podcast mal so ganz locker so fortsetzen. Herzlich willkommen, euch beiden. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für die Anladung. Danke. Genau. Bevor wir auf eure Arbeit hier im ASC zu sprechen kommen, wie immer, so eine kleine Vorstellung für unsere Zuhörer wäre doch nett. Lieber Nico, magst du zwei, drei Sätze einfach mal zu deiner Person erzählen? Was sollte man über dich wissen? Ich versuche es in zwei, drei Sätzen zu machen. Also ja, Nikolai Kohl, ich mache es mal klassisch, 41 Jahre, gebürtiger Göttinger, bin hier zur Schule gegangen, hier ganz in der Nähe vom Clubhaus IGS Geismar, habe an der Runde in Göttingen studiert, wo ich auch neben Dennis Akaerni auch kennenlernen durfte, Sport und Pädagogisch studiert. Genau, bin seit dem ersten Zehn, also heute tatsächlich, vor neun Jahren hier als hauptberuflicher Referent im Bereich der Seminare eben eingestiegen beim ASC Göttingen und tatsächlich aber auch schon seit 2009 nicht mehr Göttinger, sondern eigentlich Hannoveraner, weil ich Hannover wohne. Du wart von mir erst mal. Ja, Dennis Ehrenberg, Linda hat es ja eben schon vorgestellt, Ernie, mein Spitzname, schon sehr, sehr lange und deswegen auch eigentlich so der gängigere Name. Dann kommt erst schon die Frage, wer ist eigentlich dieser Dennis? Wer ist eigentlich dieser Dennis, genau. Ja, komme eigentlich gebürtig aus der Nähe des Maschenerkreuzes oben bei Hamburg, bin Niedersachse, ganz wichtig für ehemalige Kollegen nochmal zu erwähnen. Ja, mittlerweile 38 Jahre alt, bin 2002 nach Göttingen gekommen, in dem Wunsch Sportmanagement zu studieren, habe mir das über den Magister selbst zusammengestellt. Ja, und bin mittlerweile seit 2009 auch schon beim ASC. Sehr gut, Nico, haben wir ja fast eine kleine Jubiläumsfolge hier mit deinen neun Jahren beim ASC. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ja, wurde ich auch von meinem lieben Kollegen heute schon unerwarteterweise erwähnt, habe mich sehr darüber gefreut in der Besprechung heute Morgen. Sehr aufmerksam. Ja, sehr aufmerksam. Der Dennis. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir also die klassischen Randdaten von euch schon mal abgehakt, würde ich sagen. Da wir ja in einem Sportverein sind, interessiert mich natürlich, was euch sportlich in eurem Leben eigentlich so bewegt. Kommt ihr aus einer bestimmten Sportart? Was habt ihr sportlich schon so gemacht in eurem Leben, ausprobiert? Genau, erzähl doch mal kurz darüber. Ich kann ja mal anfangen. Sportlich aus der Jugend breit aufgestellt, habe das ganze Sportangebot seinerzeit meines Heimatvereins durchprobiert, kommt primär aus dem Fußballbereich. Während des Studiums hat sich das dann gewandelt, mit einer Studententruppe beim Volleyball dann hängen geblieben, habe da jahrelang Volleyball gespielt und seit 2009 ist jetzt eigentlich eher so mein Bereich der Triathlon, dem ich mich jetzt eigentlich, wo es geht, verschrieben habe und wenn es die Zeit zulässt, auch versuche, meine Zeiten jedes Jahr zu verbessern. Iron Man schon dabei gewesen? Nein. Ich bleibe bei der Olympischen und wenn ich es irgendwann nochmal verletzungsfrei durch ein Jahr bringen sollte, dann Mitteldistanz vielleicht nochmal. Okay. Nico, wie sieht es bei dir aus? Ja, tatsächlich, mein Vater ist Sportlehrer und, oder war besser gesagt, muss man mittlerweile sagen, er ist ja schon etwas älter im Semester. Und meine sportliche Karriere begann eigentlich tatsächlich an der Seite meines Vaters in diversen Sporthallen, mit diversen Sportarten. Also ich war tatsächlich wirklich in, habe ich in vielen Sportarten ausprobiert, war natürlich auch schwerpunktmäßig mehr dann im Fußball oder dann später auch im Handball, aber wirklich über Volleyball, über Taekwondo, über Badminton, Tennis, leichtathletik, Schwimmen, Touren, Orientierungslauf hat mein Vater vorbereitet und da war ich immer dabei. Und ja, tatsächlich, ich habe mal so überlegt nochmal, welche Vereine ich eigentlich angehört habe und das war natürlich traditionell natürlich die, wo auch mein Vater Mitglied war und das war zu dem Zeitpunkt eben der Tospo-Wene, wo ich halt diverse Dinge gemacht habe, von Kindertoren und alles, was da noch so an Angeboten gab. Und dann war tatsächlich meine erste Fußballstation, war tatsächlich Grün-Weiß-Hagenberg, da habe ich gespielt, weil mein Cousin da gespielt hat und dann bin ich dann irgendwann mal, weil ich ja in Vene gewohnt habe, dann zum SC Vene gewechselt. Und genau, und dann nochmal so in der zweiten, sagen wir, Sportler-Karriere-Hälfte nochmal das Handballspielen, so verletzungsbedingt ein bisschen angefangen, weil Fußball tatsächlich für mich verletzungstechnisch einfach ein Albtraum war. Genau, dann nochmal gewechselt zum MTV Geißen und dann noch ein bisschen Handball gespielt. Und jetzt natürlich beim ASC Göttingen, aber nicht mehr sportlich aktiv. Okay, na gut. Übrigens witzig, Handball, Tospo-Wene, da hat mich meine ganze Jugend übrigens begleitet. Ah, okay. Genau. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt ein kleines Bild von euch als Person schon mal bekommen, was euch bewegt. Und ja, genau, dann wissen die Zuhörer, mit wem ich hier eigentlich spreche, zumindest im Groben. Es gibt bestimmt noch viel mehr über euch zu erfahren. Aber der Schwerpunkt der heutigen Folge ist natürlich eure Arbeit hier beim ASC. Bevor wir darauf eingehen, würde ich aber gerne noch von euch wissen, wie ihr denn dann eigentlich zum ASC gekommen seid. Ja, also für mich war, muss ich ehrlicherweise zugeben, während des Studiums der ASC eher ein unbekannter Verein. Obwohl ich gleich zwei Straßen weiter gewohnt habe, hatte ich mit dem ASC nie eine wirkliche Verbindung. Hatte dann Auslandsjahr, bin 2007 wiedergekommen und seinerzeit hat mein Studienkollege Hajo Rosenbrock hier gearbeitet und der hat mich dann als Referent gewinnen können im Bereich Freiwilligendienste. Und so bin ich dann noch während der Endphase meiner Studienzeit, bin ich dann hier als freier Referent eingestiegen, habe dann von 2007 an Seminare begleitet und geleitet, Übungsleiter C-Ausbildung, Vereinsmanager-Ausbildung. Ja, und dann kam 2009 dann die Anfrage, ob ich hier nicht auch fester arbeiten möchte. Und dann fand ich die Perspektive sehr lockend, sehr verlockend und bin dem Ruf gefolgt. Ja, als gebürtiger Göttinger ist der ASC natürlich ein Name gewesen. Vor allem in den 80er Jahren war das natürlich durch den Basketball sehr stark geprägt. Aber zugegebenermaßen hatte ich ja die Vereine aufgezählt, da hat der ASC erstmal nicht. Das hat er einfach wohnortbedingt, weil ich im Winde gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Ich bin auch über das Sportstudium, aber über einen anderen guten Kollegen, der heute auch sein Jubiläum hatte, nämlich 15 Jahre Hauptberuflichkeit beim ASC, mit dem Ingo Danzberg, den ich im Sportstudium kennengelernt habe, tatsächlich zum ASC gekommen, weil ich nämlich von dem Ingo, als er 2005 nämlich hier beim ASC Hauptberuf angefangen hat, seine Fußball-AG an der Leinebergsschule nicht mehr weiterführen konnte. Und die habe ich dann von ihm übernommen. Und da war ich als Übungsleiter in der Fußball-AG in der Leinebergsschule ein paar Jahre und habe da die Kinder, die Dritt- und Viertklässler betreut für den ASC. Und darüber dann, über einen Satz dieser Verbindung natürlich zu Personen, die hier schon beim ASC immer tätig waren, dann tatsächlich auch in den Bereich der freien Dienste 2008 als Referent und Lehrgangsleitung für die Übungsleiter-Lizenzlehrgänge gekommen und, ja, wie gesagt, seit 2011 eben als hauptberuflicher Mitarbeiter hier gelandet. Sehr schön. Dann schauen wir jetzt in eure heutige Funktion. Wie schon gesagt, ihr seid im Bereich der Geschäftsführung der Freiwilligendienste tätig, beide zusammen, Doppelspitze quasi, um das jetzt mal so auf die Spitze zu bringen. Wie funktioniert das denn immer? Vertragt ihr euch? Passt das? Um euch mal direkt aus der Reserve zu locken? Nein, also das klappt. Ich antworte jetzt mal für uns. Das klappt sehr gut. Wir sind beides klare Charaktere, die auch eine klare Perspektive haben, aber auch sehr kooperativ zusammenarbeiten. Und wir hatten seinerzeit auch die Möglichkeit, uns im Vorfeld, bevor wir die Doppelspitze übernommen haben, uns gut abstimmen zu dürfen. Es war bekannt, dass Frank Meinerzagen und Ole Fröhlich, die ja letztlich auch als so eine Art Doppelspitze hier fungiert haben, den ASC verlassen. Rechtzeitig wurden wir als Nachfolger ausgewählt oder hatten uns auch bestätigt und konnten uns dann gut abstimmen im Vorfeld. Wir saßen viele Stunden zusammen und haben uns darüber ausgetauscht, wie wir die zukünftigen Aufgaben gemeinsam bewältigen wollen, wie wir das aufteilen. Und mit einer guten Vorbereitung klappt das denn in dem Alltag auch, weil für jeden das klar ist, wer ist jetzt verantwortlich für welchen Bereich, aber trotzdem bleibt es auch da. Wir haben viele Schnittmengen und deswegen ist es auch wichtig und das klappt bei uns sehr gut, der Austausch untereinander. Wir unterstützen uns in den jeweiligen Bereichen. Da kann man sich auf die andere Person verlassen und daher klappt das echt gut. Sehr gut. Ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Du hast es schon gesagt, Ernie, dass ihr zwar Schnittmengen habt, aber trotzdem auch klare Aufgabenverteilung in eurer Funktion. Wie sieht das denn aus? Wer ist denn in diesem Bereich für was zuständig? Ja, wir haben uns tatsächlich, wie gesagt, Ernie hat es ja besprochen, tatsächlich die Zeit gehabt, auch Gedanken zu machen, wie das funktionieren kann und haben gesagt, okay, eine Aufteilung sollte es schon geben, aber da auch nochmal gesagt, wir machen wirklich tatsächlich alle Dinge, die wirklich auch bereichsübergreifend sind, die wir geteilt haben, voneinander schlussendlich zusammen und besprechen alles zusammen und gucken halt da, wo es notwendig ist, dass wir die Sachen zusammen klären und da, wo es eben vorher schon besprochen worden ist, müssen wir uns ja nicht mal absprechen. Also tatsächlich ist es so, ich sage aber meins, dann sagst du, wie wir uns das aufgeteilt, dein Teil. Also tatsächlich übernehme ich im Bereich der Freien Dienste für den AStG-Götting eben die Außenvertretung. Was heißt Außenvertretung? Ich kümmere mich um die Kommunikation, die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern hier, im Besonderen natürlich im Freien Dienst der Landessportburg Niedersachsen, mit seiner Sportjugend zu nennen, aber auch die Deutsche Sportjugend, die ja im FSÖ unsere Zentralstelle ist, also da in dem Sportbereich natürlich, mit dem wir stark zusammenarbeiten, bedarf es natürlich gewisser Abstimmungen und auch Strategiegespräche, wie es so weitergehen soll und Herausforderungen, die natürlich gemeinsam zu meistern sind. Dazu gehört aber natürlich dann auch die Vertretung gegenüber unseren politischen, quasi Mitspielern in dem Feld. Das ist einmal das Bundesfamilienministerium, worüber dann das FSÖ und das BFD, also Freie Soziale und Bundesfreien Dienst eben, gefördert werden. Und natürlich dann auf der anderen Seite, wir haben ja auch den Auslandsdienst, heißt Weltwärts, sind so ein entwicklungspolitischer Freie Dienst. Da ist das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eben unser Ansprechpartner. Da fahre ich dann hin, wenn irgendwelche Tagungen sind. Und dann gibt es natürlich noch andere Verbände und Organisationen, wo wir teils Mitglieder sind oder mit denen wir zusammenarbeiten. Das übernehme ich und hier im Haus tatsächlich kümmere ich mich so ein bisschen inhaltlich um das Team Seminare, begleite das, unterstütze das. und das Team Internationale Freiwilligendienste. Genau, und der gegenseitige Austausch mit Erni findet halt tatsächlich, weil eben diese Bereiche voneinander nicht zu trennen sind, auch nicht zu Ernis Bereich, im engen Austausch und Absprache und quasi die Strategien und wie wir da vorgehen, besprechen wir alles quasi zusammen, gemeinschaftlich. Das klingt jetzt schon nach einer Menge. Erni, was bleibt für dich übrig? Ja, was bleibt eigentlich für mich übrig? Nein, also ich habe eher die Innenperspektive hier, bin die Konstante im Büro durch Nikos Außentermine und bin ich dann eher der Ansprechpartner auch vor Ort. Das sind auch schon die ersten Schnittmengen, weil natürlich dann auch andere Teams dort zu mir kommen. Ich bin die Vertretung im Vorstand, wenn darf Anfragen kommen, also nach intern beantworte ich die Fragen. Ich kümmere mich vor allen Dingen in den Diensten um die Mittelabrechnung, also kümmere mich um den finanziellen Teil, dass die Mittel vernünftig abgerufen werden, dass die Gesamtverwendungsnachweise stimmen, dass die Anträge laufen. Ich bin für das Team Verwaltung dann noch verantwortlich. Da ist auch die, wir haben fachliche Zuteilung, eben aber auch personell in dem Zuge dann halt mit, mit Nico Internationale Seminare, ich den Bereich Verwaltung, die uns dann direkt ansprechen. Ja, und ein Thema, das mich grundsätzlich immer schon umtrieb und auch weiter umtreiben wird, ist natürlich auch die Digitalisierung, der ich mich jetzt in den Freiwilligendiensten natürlich auch angenommen habe. Okay. Ich glaube, das Thema Digitalisierung werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs auch nochmal aufgreifen, weil das natürlich gerade im Zuge von Corona auch nochmal einen ganz anderen Wert bekommen hat. Bevor wir da aber noch ein bisschen tiefer gehen, jetzt sind hier schon einige Begriffe gefallen. Nico, du hast von BFD und FSJ, wir sprechen über die Freiwilligendienste, international war was, also vielleicht auch für diejenigen, die von den Zuhörern noch gar nicht so ein genaues Bild haben. Freiwilligendienste kann man sich vielleicht noch was vorstellen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ist der Freiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr in seinen Ursprüngen mal sozusagen als Alternativprodukt zum Zivildienst so ein bisschen entstanden, mehr oder weniger. Ist das richtig? Nicht ganz. Also wenn man da, da muss man tatsächlich schon nochmal ein paar Jahre zurückgehen. In den 60er Jahren gab es einen Pflegenotstand, also es war nicht genügend Personal, also ähnlich wie jetzt, weil die Dinge wiederholen sich. und es wurde sich überlegt, wie können wir denn junge Menschen in den Beruf bekommen und dafür interessieren. Und dann ist dieses Freiwillige Soziale Jahr entstanden. Das ist aber ganz außerhalb vom Sport. Der Sport ist relativ spät erst dazugekommen. Ich meine, dass die ersten Träger im Sport Ende der 90er waren. Wir hier in Niedersachsen waren ab 2002 tatsächlich dabei, ein FSJ im Sport zu tun. Und da ging es tatsächlich als Alternative zum Zivildienst. Also du konntest dann entweder, wurdest du als Mann eben eingezogen zur Bundeswehr, hast verweigert, hast dann Zivildienst gemacht oder du konntest dann eben auch ersatzweise eben das in einem Sportverein machen und dann eben entsprechend ein FSJ, ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport machen. Tatsächlich durch die Aussetzung 2011 der Bundeswehr, also das wurde ja nur noch rudimentär, männliche, junge Menschen gezogen. Da wurde das ausgesetzt. Das heißt, mit der Aussetzung der Wehrpflicht ist auch quasi die Pflicht zum Zivildienst ausgesetzt worden. Und aufgrund dessen, dass das natürlich eine große Relevanz war, auch in der Pflege und im Krankenhaus und in dem Bereich hatte, ist eben der Bundesfreiwilligendienst entstanden, der dann eben parallel zum Freiwilligsozialen Jahr entsprechend steht. Man muss wissen, der eine Dienst, das Freiwilligsoziale Jahr, das FSJ, das ist ein Länderdienst. Also da haben die Länder den Hut auf. Und der Bundesfreiwilligendienst ist ein Bundesdienst. Aber wir haben, um auch unsere Zuhörer mit diesem formalistischen Zeug nicht zu nerven oder irgendwie zu ermüden, machen wir das halt von Anfang an so, dass wir eben nur von freiem Dienst im Sport reden. Und dann unterscheiden wir ehrlicherweise nur, machen wir jetzt hier einen in Niedersachsen, einen freien Dienst im Sport. Und ob es dann ein FSJ oder BFD ist, unterscheiden wir ehrlicherweise, machen wir keine große Differenzierung. Es hat einen kleinen Unterschied, dass die, die im BFD machen, noch fünf Tage politische Bildung machen müssen. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Das ist so der einzige Unterschied. Aber wir behandeln die beiden Formate gleich. Versuchen wir das so gut wie möglich. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, ein besonderes Projekt zu machen. Das ist in Kooperation mit der Alfred-Töpfer-Akademie hier in Niedersachsen, der NNA. Das ist ein FSJ im Sport, was noch möglich ist. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, wir bieten auch nochmal einen entwicklungspolitischen freien Dienst ins Ausland, zu unseren Partnerländern. Das ist Südafrika, Namibia, Sambia, Ruanda, Uganda und Zanzania. Sobald es wieder losgehen kann, weil das Licht jetzt gerade brach, wo dann entsprechend so ein Jahr auch außerhalb im Ausland stattfinden kann. Und wir hatten tatsächlich bis quasi dieses Jahr auch noch die Möglichkeit, einen deutsch-französischen Austausch zu machen. Aber den haben wir jetzt zumindest für dieses Jahr ausgesetzt. So müssen wir in der Zukunft auch gucken, ob wir das wieder den Ball aufnehmen. Aber das sind so die Formate, die alle tatsächlich beim ASC, über den ASC in Niedersachsen, aber auch darüber hinaus, eben auch international stattfinden können. Spannend. Vielfältige Möglichkeiten. Klingt natürlich auch nach viel Arbeit. Jetzt stellt sich nur die Frage, welche Rolle spielt denn jetzt der ASC überhaupt in diesem Konstrukt? Also wir als Sportverein, was haben wir mit der Organisation vom Freiwilligendienst überhaupt zu tun? Ja, da muss man auch wieder besser zurückblicken. Wir haben dann hier auch nochmal zwei besondere Formen. Man spricht so schön von Zentralstellen und Trägern. Aber ich fange an anderer Stelle nochmal an. 2002 ist das FSJ im Sport als Projekt ausgelobt worden und wurde über den Landessportbund Niedersachsen begleitet. 2004 gab es einfach Umstände, dass der LSB dieses Projekt nicht fortsetzen konnte und hat nach einem Partner gesucht, mit dem das weiter durchgeführt werden kann, dass diese Chance, die wurde seinerzeit schon erkannt, für junge Menschen eines solchen Dienstes eben bestehen bleibt. Und dann hat sich der ASC Göttingen mit seinem Vorsitzenden Jörg Schnitzerling seinerzeit bereit erklärt, dieses personelle Risiko auch einzugehen und das Projekt voranzutreiben und seitdem gibt es in dem Bereich eine Kooperation. Im FSJ ist es jetzt so geregelt, dass die deutsche Sportjugend eine Zentralstelle ist und wir sind dieser als Träger angeschlossen. Mit unseren Kernaufgaben eben der pädagogischen Begleitung, also die Freiwilligen zu begleiten, Seminare zu organisieren und sie eben auch, das Jahr zu reflektieren, dass wir diesem Bildungs- und Orientierungsjahr eben auch gerecht werden. Im Bundesfreiwilligendienst, der eben 2011 dazu kam, ist dann eine besondere Rolle, da ist der ASC dann als Zentralstelle im Bundesfreiwilligendienst anerkannt worden. Und jetzt sind wir also im Sport in so einer Doppelstruktur. Wir sind in einem FSJ, sind wir ein Träger und im Bundesfreiwilligendienst sind wir eine Zentralstelle neben der zweiten Zentralstelle Deutsche Sportjugend. Wir sind aber auch dort im engen Austausch und arbeiten gemeinsam zusammen, um eben die Rahmenbedingungen im Sport gleichzuhalten. Also, dass wir uns nicht von der DSJ entfernen, sondern wir sind da in einem sehr engen Kontakt und setzen halt entsprechend die Rahmen für Niedersachsen und bundesweit im Sport gemeinsam. Okay, ziemlich verflochten alles, habe ich das Gefühl. Und das heißt, also als Träger beziehungsweise Zentralstelle für die jeweiligen Bereiche sind wir dann tatsächlich auch verantwortlich für alle Freiwilligendienstleistenden in Niedersachsen oder sogar bundesweit. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Nico. Ja, also tatsächlich, wenn wir jetzt in Trägerstruktur denken, dann tatsächlich für Niedersachsen erstmal in erster Linie. Wir haben im BFD noch weitere Träger, die uns angeschlossen sind. Das ist die Bremer Sportjugend, das ist der Deutsche Tischtennisbund und der Deutsche Turnerbund. Aber wie er ja schon sagte, passiert das halt in engen Austausch mit der DSJ, um da keine Doppelstrukturen aufrecht zu halten. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist, sondern interessanter ist, was ist denn eigentlich so ein Freiwilligendienst bei uns? Und das ist tatsächlich so, das ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr und es ist vor allem sehr stark auch verbunden mit Seminaren. Und das ist so die Rolle, die du gerade gefragt hast. Also unsere Rolle, wie wir sie verstehen, ist die Freiwilligen eben als Träger zu begleiten, die in einer Einsatzstelle, das kann ein Sportverein klassischerweise, kann aber auch eine Schule sein, kann aber auch ein Bewegungskindergarten sein, also alles, was mit Schwerpunkt Sport zu tun hat, eben zu begleiten. Das heißt, von A bis Z, was die Verträge angeht, die zu erstellen, unsere meist ehrenamtlich geführten Vereine zu unterstützen, die da als Einsatzstelle fungieren oder dann natürlich auch ein ganz großer Teil, natürlich die Seminare, die Pflichtseminarteile, die damit einhergehen. Das sind 25 Tage bei 12 Monaten. Das ist dann ein Stückchen weniger, wenn man ein bisschen weniger macht, weil im Freiwilligendienst ist zwischen 6 und 18 Monate möglich. Und das zu organisieren, und das ist wirklich eine große Aufgabe und auch eine tolle Aufgabe, weil wir haben mal geguckt, in den letzten Jahren hatten wir so um die 1000 Freiwillige, allein in Niedersachsen, für die wir das getan haben und daraus resultieren mehr als 150 Lehrgangswochen, die dann vom Montag bis Freitag gehen und bei 52 Wochen im Jahr, kannst du dir ja vorstellen, das sind dann drei Lehrgänge, die pro Woche mit tollen Inhalten, ULC-Lizenzausbildung, aber auch tollen Fachlizenzen wie Tennistrainer, Tischtennistrainer, Fußballtrainer, Handballtrainer, wir haben noch Rudern hatten wir im Angebot, Volleyball, Leichtathletik, Schwimmen kommt jetzt noch dazu, Handball habe ich glaube ich schon gesagt, also wirklich eine riesen Bandbreite, Vereinsmanager vor allem, das ist auch noch eigentlich ein kleiner Sidekick an der Sache, weil als ich 2011 anfing und Ernie ja schon hauptberuflich arbeitete, habe ich damals von ihm die Vereinsmanager-Lizenzausbildung damals im Seminarteam übernommen und genau, auch eine tolle, also wirklich eine Vielfältigkeit an Möglichkeiten, hier das Jahr auch noch zu nutzen, um tolle Kompetenzen und Fähigkeiten zu erlernen und sich auszuprämen in einem tollen Kontext mit ganz vielen anderen Freiwilligen, das ist auch immer da, dafür fühlen wir uns verantwortlich, dort eine gewisse Qualität, sowohl gegenüber unseren Einsatzstellen, aber auch gegenüber unseren Freiwilligen entsprechend zu ermöglichen. Und wie viele Mitarbeiter benötigt das alles? Also das ist ja eine wahnsinnige Aufgabe, das werdet ihr ja kaum alleine machen, ihr habt ja auch schon von deinen Teams gesprochen, wie viele Mitarbeiter sind in dem Bereich? Ich antworte mal, also es sind über 30, aber das sind die, die hauptberuflich hier daran teilnehmen, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, also im Umfang, aber wir haben natürlich auch noch eine Menge freie Referenten und Referentinnen, die uns unterstützen. Also das, was quasi Erne und ich damals, als wir selbst noch studiert haben, hier beim ASC gemacht haben, haben wir natürlich heute noch viele Engagierte, auch einige oder viele auch ehemalige Freiwilligendienstleistende, die bei uns geblieben sind und jetzt als Referentinnen und Referenten tätig sind. Das sind so ungefähr 40 Aktive, die dann auch nochmal so einen Jahrgang begleiten und uns unterstützen in der Durchführung der Seminare, die wir auch zu einem sehr großen Anteil auch selber, die ich gerade genannt habe, selber durchführen. In Kooperation natürlich mit den Landesfachverbänden, weil die natürlich, genau, die Expertinnen und Experten an der jeweiligen Lizenz sind. Ich habe Baskenball noch vergessen, auch eine tolle Lizenz mit tollen, engagierten Leuten. Und das beim ASC, kannst du den Basenball nicht vergessen? Ja, genau, das muss ich eigentlich schon, genau, Arsch auf mein Haupt, genau, genau, richtig. Okay, du hast schon ein bisschen beschrieben, Nico, die vielfältigen Möglichkeiten, nämlich auch mit dem Lizenzerwerb, den die Freiwilligen in ihrem Jahr machen können, die Seminartage und natürlich an sich ihre alltägliche Arbeit. Ernie, wo siehst du denn an sich so ganz grundlegend den Wert oder eines Freiwilligendienstes, welchen auch immer man jetzt am Ende wählt, so ganz grundsätzlich so, warum macht das Sinn, einen Freiwilligendienst zu machen? Ja, warum macht das Sinn? Grundsätzlich, sagten wir schon, es ist ein Orientierungs- und Bildungsjahr, es geht also viel darum und das erleben wir auch immer wieder in Rücksprache mit den Freiwilligen zu schauen, sind diese Tätigkeitsfelder was für mich? Gerade diejenigen, die ins Lehramtsstudium dann nachgegebenenfalls wollen, können sich dort wunderbar ein Jahr mal ausprobieren. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das auch einfach einen Wert hat, seinem Heimatverein etwas zurückzugeben. Man hat seine Jugend in dem Sportverein verbracht, hat dort viel profitieren dürfen von engagierten Trainern, von toller Gemeinschaft und alles das, was Vereine auszeichnet und man kann in solch einem Jahr etwas zurückgeben. Also ich sehe das auch diese Engagementförderung zu schauen, okay, was bedeutet das und das löst das auch in mir aus, wenn ich eben dann etwas zurückgebe und auch andere Menschen für den Sport begeistern kann. Wir merken und das sind vor allen Dingen auch noch stärker in unseren internationalen Diensten einfach diesen ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also egal, ob man jetzt in einem Sportverein bei sich zu Hause das Freiwillige Soziale macht, in eine Schule geht oder eben auch nach Südafrika fliegt, alle machen einen gewaltigen Sprung. Die Selbstständigkeit wird gefördert und das Engagement kommt mit rein. Es gibt viele Impulse über die Seminare darüber hinaus. Also sie gehen alle verändert wieder raus und damit meine ich positiv verändert. Sie können sich ein Jahr praktisch auch nochmal ausprobieren. Es ist ein Freiwilligendienst, es ist noch kein Angestelltenverhältnis, man hat noch einen anderen Rahmen und kann sich ganz anders ausprobieren und seine Erfahrung eben noch sammeln für den weiteren Weg. Und das mit einem sportlichen Charakter, wenn man aus dem Sport kommt, ist eine tolle Möglichkeit, da sich weiterzubilden und Erfahrung zu sammeln. Nico, hast du noch was zu ergänzen? Vollkommen, ich stimme vollkommen mit Ernie überein. Was natürlich aus sportpolitischer Sicht nochmal wichtig ist, ist tatsächlich dieses Arrangement und vor allem diese Förderung des Arrangements. Also junge Menschen mit der ehrenamtlichen Tätigkeit, beispielsweise in so einem Sportverein, eben in Verbindung zu bringen und schlussendlich, und das ist tatsächlich auch, muss der organisierte Sport auch schauen, eben auch Nachwuchs zu bekommen und zu generieren und das ist eben eine hervorragende Möglichkeit, entsprechend Leute mit dieser Form des zivilgesellschaftlichen Engagements, bürgerlichen Engagements in Verbindung zu bringen und auch noch eine große Chance, die auch für sich zu gewinnen. Und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher und ganz wichtiger Punkt und für mich ist es ein Endeffekt, das muss man auch einfach sehen, es ist zwar freiwillig, aber es ist eigentlich ein Dienst an der Gesellschaft. Das heißt, dort werden ganz viele Bereiche, eben wo nicht bezahlt werden kann aus unterschiedlichen Gründen oder nicht will, eben einen wirklich wertvollen Dienst an der Gesellschaft geleistet werden und für die Gesellschaft und ich glaube, da sind wir alle darauf angewiesen, dass das eben so ist und ich hätte sonst meine ganze Sporterfahrung und Karriere eben nicht machen können, hätte ich nicht die ganzen vielen engagierten und ehrenamtlichen Menschen gehabt, die sich darum gekümmert haben, dass das eben diese Angebote gibt, das muss man so ganz klar sagen. Okay, dass das total sinnvoll ist, ist auf jeden Fall bei mir und ich hoffe auch bei den Zuhörern angekommen. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, für wen ist denn so ein Freiwilligendienst überhaupt geeignet? Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass es ursprünglich sich vor allem auch an Schulabgänger oder eben die jungen Erwachsenen oder jungen Männer gerichtet hat, die zum Beispiel eben nicht Zivildienst machen wollten oder die das als Alternative hatten. Richtet sich denn der Freiwilligen wirklich nur an so junge Menschen, die jetzt gerade vielleicht aus der Schule kommen und noch vorm Studium was machen wollen oder wie sieht das aus? Wir merken immer stärker, also wir haben, unser Schwerpunkt ist schon primär sind die jungen Menschen, aber einfach, weil sich das so entwickelt hat, einen Freiwilligendienst kann man grundsätzlich aber machen von 16 bis 99. Also wir haben, unser Schwerpunkt ist schon mit Schulabgängern, die einfach das noch nutzen wollen, bevor sie ins Studium oder die Ausbildung gehen wollen, um ein Jahr lang was anderes zu machen. Aber es gibt ja auch den BFDÜ 27, der extra auch nochmal ausgelegt ist, den man in Teilzeit machen kann und spüren da auch immer mehr Personen, die aus dem Berufsleben ausscheiden und einfach auch nochmal ein Jahr etwas zurückgeben wollen und dann gibt es ja da auch nochmal die Seminare, Möglichkeiten und ein kleines Taschengeld. Es gibt also auch wieder Vorteile, die sich dann aber auch nochmal wieder für ein Jahr lang engagieren und das eben im Rahmen eines BFDÜ 27 dann machen. Spannend, okay. Also nicht nur was für junge Menschen, sondern für jede Generation eigentlich geeignet. Für alle. Für alle. Sie müssen nicht nur sportaffin sein, sondern es reicht auch einfach sportlich interessiert. Also es ist jetzt auch nicht Bedingung, dass man zwingend aus dem Sport kommt, sondern es ist wirklich für alle und für jeden offen. Für ihn sportbegeisterungsfähig zu sein. Im Sportverein fallen ja auch viele Aufgaben an. Es geht ja nicht nur um die reinen Sportstunden. Ich denke, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich im Sportverein einzubringen. und ja, sehr schön, spannend. Ein Thema, was euch aber sicherlich jetzt auch dieses Jahr bewegt oder wahrscheinlich sogar mehrere Themen. Ich weiß ja, dass ihr in großen Plänen, Planen, Planen, Planen wart, dieses Jahr, weil euch ein Thema ganz arg trifft, nämlich, dass es keinen Abiturjahrgang gibt, aufgrund der Umstellung von G8 wieder auf G9. Jetzt würde mich eben interessieren, wie stellen sich die Freiwilligendienste dieses Jahr dar, eben aufgrund dieser Thematik und vielleicht, weil es auch zusammenhängt, wie spielt Corona da noch mit rein? Was sind so die Themen, die euch gerade bewegen? Wie hat sich das jetzt gerade alles entwickelt? Ich würde da vielleicht gerne mal ein bisschen ausholen. Also das mit dem fehlenden Jahrgang wissen wir schon seit einigen Jahren und bereiten uns auch seit vielen Jahren intensiv darauf vor. Also schon seit 2017 ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld, den wir uns angenommen haben und haben auch seitdem versucht, die Einsatzstelle mitzunehmen, weil wir sind auf der einen Seite der Träger, der die Freiwilligen begleitet über das Jahr, aber die Freiwilligen und das spüren wir immer stärker und wussten wir auch, haben ganz, ganz hohen Wert für die Einsatzstellen. Also die Einsatzstellen planen Freiwillige für sich in das Jahr schon wirklich stark mit ein und für uns war natürlich nicht abzuschätzen, was bedeutet das für den Sport und für die Einsatzstellen eben auch, wenn die Freiwilligen dann nicht da sind. Das heißt, wir haben uns intensiv dieses Themas angenommen und wussten um die Bedeutung davon und haben bereits 2000, Anfang 2019 mit einer sogenannten Roadshow sind wir, haben wir 34 Termine in ganz Niedersachsen angeboten, wo wir wirklich in die Sportregionen gefahren sind und versucht haben, die Vereine dafür schon zu sensibilisieren, dass in 2020 es keinen Abiturjahrgang gibt und man eben schon gemeinsam geschaut hat, wo kriegt man sonst engagierte Menschen hin, wie kann man dieses Jahr überbrücken, hat man in den Vereinen jemanden, der dort vielleicht sogar noch verlängern möchte den Freiwilligendienst oder sind das gemeinsam mit den Vereinen angegangen. Bei dem einen oder anderen war es einfach ein bisschen zu früh, das ist so in ehrenamtlichen Strukturen, dass es dort auch andere Probleme gibt und konnten, da sind dann aber eigentlich fühlten wir uns ganz gut sensibilisiert und vorbereitet mit den Vereinen und den Einsatzstellen halt in diesen Jahrgang hinein und dann kam halt eben Corona, das noch eine zusätzliche Herausforderung natürlich darstellte und letztlich aber kann man so sagen in der Nachbetrachtung und das, was uns von manchen Einsatzstellen auch zurückgespiegelt wurde, eigentlich sich positiv wiederum auf die Gewinnung von Freiwilligen auswirkte, weil wir immer häufiger rückgemeldet kriegen, dass halt viele junge Menschen keine Lust haben auf ein digitales Studium, also einen digitalen Studieneinstieg, wo halt man mit den anderen Menschen nicht zusammenkommt, wo man halt keine Bindungen gerade in neuen Universitätsstädten, wo man alleine hinzieht, nicht gewinnen kann und sich dann eben doch nochmal für ein Jahr Freiwilligendienst entschieden haben, sodass wir jetzt tatsächlich so die Ziele, die wir uns und auch gemeinsam mit den Einsatzstellen gesteckt haben, wo wollen wir hin, um den Vereinen eben zu helfen, tatsächlich auch erreichen konnten. Okay, cool. Und übertroffen haben, ehrlicherweise. Ja, genau. Ernie hat das schon gesagt, ist natürlich, man muss es ein bisschen also der fehlende Abiturjahrgang ist nicht wirklich ein fehlender Abiturjahrgang, sondern der fehlt nur an den Gymnasien, es gibt noch ein paar Schulen, Berufsschulen und dann noch integrierte und kooperative Gesamtschulen hier noch weiterhin einen Abiturjahrgang haben oder die Freien Waldorfschulen schon, aber das sind nicht so viele. Eigentlich von so 32.000 sind das jetzt schlussendlich so 12.000, 13.000, die es nur gemacht haben. Und man muss eben wissen, dass tatsächlich und das ist eben auch Fakt eben einfach, dass ein Großteil unserer Freiwilligen eben mit einer Bildungsbiografie, die eben das Abitur in sich trägt, zu uns kommen, das heißt so 75 bis 80 Prozent sind das, dementsprechend trifft uns das hier in Niedersachsen halt besonders stark. Aber, wie gesagt, wir haben uns da lange darauf vorbereitet, haben unsere Einsatzstellen, die unsere direkten Partner vor Ort sind, eben versucht, bestmöglich darauf vorzubereiten und Corona war in der Hinsicht auf jeden Fall vielleicht gar nicht hinderlich, sondern eher begünstigend, sodass tatsächlich wir dann noch ein paar mehr erhalten haben, als wir uns eigentlich erhofft oder gewünscht haben. Anders ist das natürlich ein Stück weit für unseren auslandsfreien Dienst, wo wir eigentlich dachten, dass der in diesem Jahr überhaupt keine Probleme hat. Also das ist mal so mit Prognosen, die man dann irgendwann mal anstellt, was sie für eine Haltwertzeit oder für eine Richtigkeit am Ende des Tages hatten. Wir dachten eigentlich, dass wir hier in Niedersachsen deutlich schlechter stehen, als wir jetzt stehen und international konnten wir uns natürlich gar nicht ausmalen, dass so etwas wie Corona überhaupt stattfinden kann und was das für Auswirkungen hat. Der Bereich liegt zugegebenermaßen vollkommen flach, also auch brach, um es genau zu sagen. Also Entsendungen gar nicht möglich. Wir haben ja auch noch Menschen aus den Partnerländern, die ich vorhin aufgezählt habe, auch die noch jungen engagierte Menschen hier nach Deutschland schicken, die dann bei unseren Einsatzstellen, also Sportweilen und anderen Einrichtungen mit Sport in ihren Freimedienst machen. Die können auch nicht ein oder auch die, die hier sind, nicht ausreisen, weil Flugverkehr teilweise erlegen ist komplett oder eben so eine Rückreise oder Einreise auch tatsächlich mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sind. Das heißt, der Bereich trifft uns hart und wir wissen ehrlicherweise auch nicht, wie das im nächsten Jahr aussieht. Wir hoffen immer, sind natürlich hoffnungsvoll und versuchen dort positiv in die Zukunft zu gucken, aber das ist tatsächlich ein Bereich, der uns schon gerade sehr trifft und einfach, wenn man mal dort unten war und ich hatte dann, ja, ich hatte mal die Gelegenheit, das mal zu erleben, wie diese Projekte dort unten in diesen Partnerländern stattfinden. Das ist wirklich beeindruckend, wie so junge Menschen hier aus Deutschland runterfahren und dort so in Grundschulen in so ganz ärmlichen Gebieten, Townships heißt das, dort mit den Kindern Sport machen und genau, da sind ganz viele. Das ist dahin gesehen schade, aber da sind wir drauf und dran zu gucken, wie wir das schnellstmöglich, auch wenn es wieder geht, wieder hochfahren, um halt dieses tolle Projekt eben auch einfach weiter durchführen zu können. Genau. Dann, du hast es am Anfang angesprochen, dein persönliches Interessensgebiet, auch die Digitalisierung, ist auch in den Freiwilligendiensten ein Thema und sicher durch Corona eben nochmal verstärkt worden. Wenn ich jetzt so an eure Seminare zum Beispiel denke, Corona kam ja so in der Zeit, sag ich mal, im letzten Viertel des laufenden Freiwilligendienstjahrgangs und da geht es ja dann irgendwann auch um das Thema Abschlussseminare, die sicherlich dann nicht stattfinden konnten. Konntet ihr das oder habt ihr das digital aufgefangen oder überhaupt ist jetzt das Thema Digitalisierung irgendwie, hat das nochmal einen anderen Stellenwert bekommen in den Freiwilligendiensten? Also es war auf jeden Fall ein großes Thema und man muss ehrlich sagen, dass wir ja Freiwillige noch in laufenden Verträgen in den Einsatzstellen hatten und dann kam diese ganze Situation, wie gehen wir eigentlich mit Seminaren um, uns Corona eigentlich noch mehr Arbeit beschert hat, weil wie gehen wir denn jetzt eigentlich damit um, wie stellen wir die pädagogische Begleitung um, es geht um Einsatzstellenbesuche, die dann nicht mehr physisch stattfinden konnten, wie gehen wir damit um, da wurde von unserem Seminarteam ganz, ganz viel Herzblut und Leidenschaft reingesteckt, da schnellstmöglich Lösungen zu finden und wir sind dann ziemlich schnell eben in digitalen Lösungen hängen geblieben, um dann eben Online-Seminare anzubieten, um sie dort mitzunehmen, die Abschlussseminare konnten wir dann in verkürzter Form in Online-Seminaren stattfinden und da wird ganz, ganz viel tolle konzeptionelle Arbeit im Vorfeld geleistet, um den Menschen und das unterschätzt man doch durchaus ein bisschen, ihnen einen schönen Abschluss zu bieten mit diesem Jahr, also dass man nicht einfach so rausgeht, die wachsen in diesen Seminargruppen als Einheiten zusammen, die, da werden Bindungen fürs Leben geschlossen, die dem Sport nachher auch wieder helfen und um dieses Jahr rund zu machen, haben wir da wirklich viel Energie reingesteckt und es dann eben digital versucht, möglich zu machen, bestmöglich zu machen und die Rückmeldungen waren auch sehr positiv, dass es für sie schön war, nochmal zusammen zu kommen, auch wenn in einem anderen Rahmen und nichtsdestotrotz treibt uns die Digitalisierung natürlich um, wir haben auch schon vor Corona, auch vor über einem Jahr damit begonnen, Seminare oder pädagogische Begleitung nochmal anders zu denken, also wie können wir, wie kann uns die Digitalisierung dort helfen, die pädagogische Begleitung auch gerade noch stärker zu optimieren oder Seminare auch noch online stärker zu begleiten, um dort auch noch einen engeren Kontakt zu den Freiwilligen zu erhalten und so kam das natürlich ganz stark damit rein. Also der Freiwilligendienst ist auf jeden Fall auch zukunftsorientiert ausgerichtet und wahrscheinlich, ja, logischerweise, wenn man auch viel mit jungen Menschen arbeitet, liegt euch das am Herzen, auch deren Zahn der Zeit immer zu treffen und mit den Möglichkeiten zu gehen. So, jetzt komme ich nochmal schnell in meine Fragen hier rein, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau, hier habe ich noch eine Frage, wie sieht das denn überhaupt aus, so ein FED, ja, wenn man jetzt, vielleicht hat hier jetzt jemand gerade tatsächlich diese Folge gehört und denkt, boah, habe ich richtig Bock drauf, so ein FED zu machen, man hat vielleicht auch tatsächlich irgendwie gerade Zeit, aus welchen Gründen auch immer, geht das jetzt noch? Also kann man jetzt gerade zum Beispiel noch einsteigen? Ja, herzlich gerne, sofort herkommen. Zum 1. und zum 15. ist es immer möglich, man braucht nur einen Verein oder halt eine Schule oder eine andere Einrichtung, die eben mit Fokus Sport eben tatsächlich so einen Dienst anbietet und dann herzlich willkommen. Mindestens sechs Monate müssten es dann aber schon sein. Bis zu 18 Monate sind möglich und ja, wir freuen uns auf jeden, der sich engagieren möchte und versuchen dem dann auch oder derjenigen dann ein schönes Jahr oder eine schöne Zeit hier auch von Trägerseite, vom ASC-Seite her zu bereiten. Aber wenn du sagst, man braucht irgendwie also eine Einsatzstelle für einen, Schule oder ähnliches, wenn ich da jetzt tatsächlich sogar keine Idee habe und in meiner Umgebung vielleicht nichts ist, also habt ihr da auch Möglichkeiten zu vermitteln oder Hilfestellung zu geben? Ja, also grundsätzlich kann man uns immer anrufen. Es gibt auch Stellenausschreibungen, findet man bei uns auch auf der Homepage. Wir arbeiten auch immer noch an einer überarbeiteten Version unserer Einsatzstellenkarte, dass man auch eben digital dann sehen kann, wo sind noch freie Plätze, wo kann man wen kann man wie ansprechen? Also jederzeit kann man uns anrufen und wir versuchen dann auch eben an der Stelle zu unterstützen. Okay. Ja, sehr schön. Ich bin zumindest all meine vorbereiteten Fragen los geworden an dieser Stelle zum Bereich Freiwilligendienste. Ihr seid aber natürlich die Experten dafür. Ich kann ja nur so mir überlegen, was vielleicht interessant sein könnte. Gibt es etwas, was wir in unserem Gespräch vergessen haben, was man aber unbedingt über die Freiwilligendienste noch erzählen wollte? Oder haben wir alles? Ich glaube, du hast super Fragen gestellt. Es ist alles, wir hoffen, dass natürlich das Positive und ich glaube, dass er und ich das beide genauso sehen, wir beide brennen für den Dienst und finden den einfach super und wir glauben halt einfach, es muss natürlich für jeden passen, es ist vielleicht nicht für jeden, aber wir sind fest davon überzeugt, dass das wirklich eine tolle Zeit ist, die man über den ASC in anderen Handestellen im Bereich Sport als freien Dienstleistender erleben kann. Und dazu laden wir jeden herzlich, der dazu Lust hat, ein. Okay. Ernie, fehlt für dich noch etwas im Gesamtbild? Nee, Nico, das beschrieben, ich glaube, wir sind ja wirklich von den uninteressanten strukturellen Informationen durchgegangen bis zu den Werten des Freibnizels. Das gehört alles dazu. Ich denke, es war jetzt ein umfassendes Bild an dieser Stelle und lade jeden nur ein, das Ganze mal noch zu probieren. Okay. Ihr seid aber noch nicht entlassen, am Ende wird es nochmal ein bisschen persönlich. Und zwar habe ich noch drei Abschlussfragen für euch, die ihr mir beantworten dürft. Und zwar würde mich interessieren, gibt es für euch einen prägendsten ASC-Moment? Kollege, kann man leider nicht hören, sieht mich gerade an, dass ich beginne. Also tatsächlich habe ich darüber nachgedacht und wie ihr mich kennt, kann ich mich da nicht kurz halten. Also für mich gibt es tatsächlich nicht einen, das sind wirklich viele. Aber wenn ich jetzt sage, welche Momente sich mehrfach wiederholt haben, aber die ich so Richtung einprägendsten Momente eigentlich so für mich im ASC, vor allem im Bereich der Freien Dienste habe, ist tatsächlich die Entwicklung von jungen Menschen, die ich, als ich selber noch im Seminaren war, die begleiten konnte, die innerhalb dieses Jahres vollzogen haben. Die nicht nur zu begleiten, zu beobachten, sondern auch ein Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen, habe ich als wirklich schöne und lohnenswerte Tätigkeit empfunden. Das ist der eine Punkt, aber dennoch hängt mir noch ein bisschen so die ÖEC-Tätigkeit, also die Übungsleiter-Tätigkeit hier beim ASC mit den Kindern in der Leinebergschule, die einen dann abgefeiert haben, dafür, dass man mit denen ein bisschen Fußball gespielt hat. Das ist wirklich, also ich glaube, ich habe weniger, ich habe weniger, noch weniger, also mehr Applaus, für weniger Leistung bekommen wie da. Also es war wirklich, war wirklich fantastisch und für meine Kolleginnen und meine Kollegen, ihr merkt, es ist nicht einbringendster Moment, ist natürlich immer so, das Miteinander, Kollegen und Kollegen und da fallen mir tatsächlich einfach unsere ASC-Weihnachtsfeiern ein, die mit Abstand wirklich das Grandioseste sind, die das Ganze dann auch nochmal würdigen, die tolle Zusammenarbeit, die wir hier und auch das Gefühl, was man hier hat, eben dann auch irgendwie darstellt für mich zumindest. Dein prägendster ASC-Moment eher nicht, ich bin ganz gespannt. Ja, ich auch, ich auch. Ich habe das ähnlich, darf jetzt schon 11,5 Jahre hier beim ASC sein und durfte auch schon in unterschiedlichen Bereichen arbeiten und ich habe irgendwann für mich jetzt den Weg entschieden, okay, gehe ich vielleicht mal die Bereiche durch, was war denn das alles so? Also ich glaube für mich natürlich ein prägender Moment oder so eine prägende Situation waren Abschlussseminare immer schon seinerzeit, als ich angefangen habe in den Freiwilligendiensten, die enge Kontakte zu den Freiwilligen vermittelten, wo man nochmal einen Impuls setzen konnte, dass sie dem Sport erhalten bleiben und nochmal eine enge Bindung auch kriegt zu Ende. Ich beschrieb es ja gerade, dieses Freiwilligendienst-Rundmachen, was wirklich schöne Augenblicke waren mit den jungen Menschen und viele hat man durchaus später echt wiedergesehen. Entweder haben sie für uns gearbeitet oder in anderen Sportorganisationen hat man sie wiedergefunden. Das war wirklich sehr schön und freut auch heute noch, wenn man da die Kontakte hält. Andere prägende Momente, ich habe Veranstaltungen organisieren dürfen. Für mich war so eine Boxnacht, das waren tolle Veranstaltungen, ehrenamtlich organisiert mit Fachbereichen zusammen. Und das ist auch etwas, was mich dann auch überleiten lässt. Wir sind sowas wie Sommerfeste auch, da wo Ehrenamt und Hauptberuflichkeit zusammenkommt, einfach immer noch schöne Augenblicke, schöne Momente, weil das ist letztlich auch das, was ich an dem Verein schätze. Das ist Gemeinschaft, das sind Sportvereine, gemeinsam für Dinge zu brennen und die zu bearbeiten und auch nun hauptberuflich oder ehrenamtlich und da Hand in Hand zu arbeiten, das waren natürlich tolle Augenblicke auch immer. Ich glaube, da können wir gut dran angriffen bei der nächsten Frage. Vervollständige mal den Satz, der ASC ist für mich. Jetzt darfst du die jetzt weiter machen. Ich mache gleich weiter mit. Der ASC ist auf jeden Fall für mich Gemeinschaft, gemeinsam mit Kollegen, gemeinsam mit Ehrenamtlichen, eine tolle Gemeinschaft. Für mich ist der ASC Vorreiter in ganz vielen Bereichen und ist auf jeden Fall ein innovativer Sportverein, der aber auch viel Persönlichkeitsentwicklung betreibt in alle Bereiche. Nico, der ASC ist für dich? Der ASC ist für mich das, was Ernie gerade gesagt hat, plus vielleicht nochmal so ein bisschen berufliche Familie und ein wirklich facettenreicher, mutiger, zukunftsgerichteter Verein, Sportverein, ohne den all diese Projekte, die wir jetzt auch teilweise hier vorstellen durften, gar nicht geben würde. Wenn der ASC als solches mit seinen über 11.000 Mitgliedern nicht bereit wäre, diese Wege zu gehen und dieses Risiko auch zu gehen, solche Projekte zu machen, das ist für mich der ASC und dementsprechend einfach der weltbeste Sportverein. Sehr schön. Direkt weltbester. Hier kommt ein kritischer Blick von der anderen Seite. Warum guckst du denn so kritisch, Ernie? Wer guckt denn hier kritisch? Schlägt da etwa noch ein anderes Vereinsherz? Nein. In Rauten, würde ich sagen. In Rauten für mich. In Rauten. Immerhin so ein bisschen ähnliche Farbgebung. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Sehr gut. Und dann zu allerletzt, Sportvereine sind wichtig, weil? Nico? Weil unsere Gesellschaft auf die Arbeit, die dort geleistet werden, die Angebote, die dort zur Verfügung gestellt werden, einfach nicht verzichten kann. Sonst wäre aus meiner Sicht Deutschland nicht annähernd, so schön wie es jetzt ist. Ja, für mich auch. Weil ein wichtiger Teil für die Gesellschaft und für die Gesundheit unserer Bürger eben auch fit zu bleiben. Ja, vielen Dank für diese schönen Antworten. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hatte euch eigentlich angekündigt, wir brauchen so 30 bis 40 Minuten. Wir haben ein bisschen länger gebraucht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ich danke euch auf jeden Fall und vielen Dank für dieses Gespräch und all die Informationen, die ihr gegeben habt. Ich wünsche den Freiwilligendiensten auf jeden Fall eine tolle Zukunft und ganz viele freiwillige Engagierte auch für die nächsten Jahre, dass es dann weiter so gehen kann. Und ja, wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal im Podcast zusammen und dann mal gucken, was es dann zu erzählen gibt. Ich danke euch. Vielen Dank, Linda. Wir danken dir. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Dinge erfahren und für euch mitnehmen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar in den sozialen Medien zu dieser Folge und gebt uns euer Feedback, eure Gedanken dazu. Oder ja, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche für Interviewpartner oder ähnliches, was wir mal aufgreifen sollen. Unsere E-Mail-Adresse lautet podcast at asc46.de Ansonsten abonniert am besten direkt hier den Podcast. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr keine der kommenden Folgen mehr. Wenn ihr noch mehr über unseren Verein an sich erfahren wollt oder unser Sportangebot näher kennenlernen möchtet, dann schaut doch gerne mal auf unserer Homepage asc46.de vorbei und ansonsten könnt ihr uns eben auch in den sozialen Medien gerne folgen. Dort nehmen wir euch auch immer noch mal mit und berichten darüber, was in unserem Verein alles so passiert. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören und bis dahin, bleibt sportlich und bleibt gesund!